Das Ding hast du verteidigt. Was sind deine Worte zum Match? Hast du doch gesehen? Ja, ich hab's gesehen, aber wie hast du dich gefühlt? Was denkst du denn darüber? Bist du glücklich, dass du den Titel zum ersten Mal verteidigen konntest? Ja, klar. Aber war nix. Wir haben hier nur draußen gespielt. Hast du doch gesehen? Gespielt? Ja. Okay. Dann in meinen Kopf, hau dir gegen die Glocke, was sagt Markus Weiß? Der feiert's. Was ist das? Was ist das? Dann hab ich auch keine Luft mehr. Ja? Wenn du das Mikro und Solarplexus kriegst, hast du auch keine Luft mehr. Nö. Ja, also. Aber wenn wir von keiner Luft sprechen, dein neuer, was willst du sagen noch bei Cash? Cash ist so raffiniert. Cash ist so raffiniert. Bestimmt zieh ich gleich Hector und dann macht er mich aus nächstes Mal. Und jetzt hat er mich geschwächt. Das könnte sein, aber du legst richtig. Wir haben hier ein neues Los-System, was wir hier sehen. Einige Zauberkügelchen. Und da werde ich jetzt mal was rausnehmen, wenn ich einen Weg finde. Oh, es lässt sich öffnen. Nein, 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 nein. Ich kenne deinen Arbeitgeber. Okay. Oh, die Rotation ist dein nächster Gegner. Die Rotation. Hier liegt der Fokus. Was sagst du zu The Rotation? Der hat mehr Luft als ich, ne? Was noch? Nix. Okay. Mit nix gehen wir hier, aber wir wissen, das nächste Shotgun-Title-Match wird zwischen The Rotation und Prinz Ahura stattfinden. Oh, yeah, you know you drive me crazy. Feel all right when you got me wrong. Something happens and I can't explain it away.